Hallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen Video von Tobis Hardwerke. Heute schauen wir uns zusammen mal eine All-in-One Wasserkühlung an, und zwar die IK-AIO 360 DRGB. Wie ihr schon an dem 360 erkennt oder erkennen könnt, handelt es sich hier um eine All-in-One Wasserkühlung mit einem 360er Radiator. Das Ganze gibt es auch nochmal mit kleineren Radiatoren und das kleinste ist dabei ein 120er. Und die Wasserkühlung gibt es auch nochmal ohne RGB, ist dann nochmal ein bisschen günstiger. Ich konnte das Ganze im Black Friday Deal für ca. 117 Euro erwerben. Man muss dazu sagen, das Ganze gab es dann nachher nochmal ein bisschen billiger. Da hat man 35% bekommen, aber gut, 25% ist auch schon mal gut. Mir hat die Wasserkühlung optisch sehr gefallen, bzw. sie hat mich angesprochen, und dementsprechend habe ich zugeschlagen. Dazu kommt, dass das Ganze noch für den Sockel 1700 kompatibel ist. Allerdings beachtet bitte, dass man dazu das entsprechende Mounting Kit kaufen muss, Das Ganze kostet 1 Cent. Ja, wirklich 1 Cent. Allerdings nur, wenn ihr das Ganze auch in Kombination mit der Wasserkühlung kauft, da ansonsten nochmal ca. 8 Euro Versand drauf kommen. Dementsprechend seid ihr dann auch bei 8 Euro für das Mounting Kit. Und ich kann auch dazu sagen, das Mounting Kit ist besser ausgestattet, wie es bei dem Mounting Kit für manch anderen Kühler bei EK ist. Ich hatte mir ja auch für meine Custom Wasserkühlung auch ein Mounting Kit geholt. Da habe ich eine EK Supremacy. Für den gibt es zwar keinen Mounting Kit, aber für einen anderen Kühler. Und da wurde dann nur die Backplate dazu geschickt. Und da musste ich ein bisschen basteln. Dementsprechend bin ich dann jetzt auf die EK umgestiegen, also auf die All-in-Mon Wasserkühlung. Auch damit mein System ein bisschen cleaner ist, da ich aktuell nur noch die CPU damit kühle. Und da kommen wir auch schon zur CPU. Das Ganze wird dann getestet mit einem Core i7-12700K. Und wir werden uns das Ganze dann auch mal anschauen, wie es aussieht, wenn wir ein bisschen den Strom anheben. Also nicht nur mit Standard-Taktraten und Standard-Spannung. Sondern ich werde die Spannung auch mal was anheben, um zu gucken, was wir beim Thema OEC noch für Reserven haben. Falls Reserven vorhanden sind. Und damit würde ich sagen, wir schauen uns jetzt erstmal den Lieferumfang und die Wasserkühlung an. Wir werfen jetzt einmal einen Blick rein in die Verpackung. Der EK AIO 360 DRGB. Und dazu öffne ich das Ganze mal. Und wir gucken mal rein. Das ist auf jeden Fall fettes Handbuch dabei. Das ist auch nicht leicht, muss man sagen. Also 200-300 Gramm wiegt das bestimmt, wenn es nicht sogar schwerer ist. Was haben wir dabei? Ja, das Mounting-Kit. Das kommt aber nicht zum Einsatz, da ich extra eins bestellt habe. Und zwar gibt es das für einen Cent. Und zwar ist das das Mounting-Kit für den Sockel 1700. Wie gesagt, ich teste das halt nur auf dem Sockel 1700. Und dementsprechend brauche ich das auch. Da ist auch Dermalight-Paste bei. Und zwar Tamil Grizzly. Ich habe aber separat nochmal eine bestellt. Da es noch einen Test nebenbei geben wird. Und zwar wird die Hydronaut gegen die TX-13 von Streetcom ankämpfen. Dazu kommt auch nochmal ein separates Video, würde ich sagen. Weil das ist wirklich eine coole Idee, die die hier haben. Da für jede Packung hiervon nochmal ein Baum gepflanzt wird. Und das Ganze hier, wie ihr sehen könnt, recycelbar ist. Und nur kleine Tuben drin sind. Beziehungsweise kleine Tütchen, die für eine Anwendung reichen. Aber wie gesagt, dazu wird es nochmal ein extra Video geben. Ansonsten ist nicht viel drin. Wir sehen hier die drei Lüfter, die im Lieferumfang drin liegen. Und natürlich die Wasserkühlung. Wir werfen hier als erstes einen Blick auf den Kühler, die Pumpenheit und den Radiator. Ist ja quasi alles in einem. Und einmal zu den Anschlüssen. Wir haben einmal einen 4-Pin, also einen PWM-Anschluss. Und dann haben wir noch einmal den 3-Pin-Anschluss für die RGB-Beleuchtung. Ist also adressierbar, wie man sicherlich sieht und auch weiß. Wenn ihr es nicht wisst, also den 12-Volt-Anschluss könnt ihr hier nicht benutzen. Und der Kühler selbst. Man sieht es ja hier oben, das ist Kunststoff. Und man sieht auch noch, dass hier das Logo einmal geschützt ist. Die Anschlüsse sind hier an der Seite. Wie gesagt, die Pumpeneinheit ist hier drin. Und wir haben auch einmal schon Wärmeleitpaste aufgetragen. Dennoch haben wir immer noch welche dabei liegen. Ich werde beim ersten Test die nehmen. Das ist ja die Thermal Grizzly. Gehe ich zumindest stark von aus, da die auch nochmal dabei liegt. Also die Hydronaut. Und man sieht auch, dass der Kühlerboden aus Kupfer ist. Im Übrigen, der Radiator selbst ist nicht aus Kupfer. Der ist aus Aluminium. Es gibt aber Anbieter, wie zum Beispiel Alphacool. Die haben eine All-in-On-Wasserkühlung, wo der Radiator auch aus Kupfer ist. Bei den meisten Wasserkühlungen ist das auch der Fall. Aber hier wird ein bestimmtes Kühlmittel eingesetzt, damit es hier nicht zu Wechselwirkungen zwischen dem Kupfer und dem Aluminium kommt. Und wie man es am Radiator ja sehen kann, ist es ein Radiator für 320 mm Lüfter. Und so anhand der Qualität. Man sieht hier die Alufinnen, die sind nicht irgendwie krumm oder so. Das heißt, hier wird auf jeden Fall auf Qualität geachtet. Anders bin ich es auch nicht von EK gewöhnt, muss ich dazu sagen. Und dann werfen wir nochmal einen Blick auf den Lüfter oder auf die Lüfter. Und hier haben wir auch den Anschluss für die RGB-Beleuchtung. Und im Prinzip könnt ihr die auch einanderhängen, da hier quasi noch ein Mail-Anschluss vorhanden ist. Dementsprechend könnt ihr die einanderstecken. Und so braucht ihr dann nur einen 5-Volt-Anschluss für alle Lüfter plus Pumpeneinheit. Das ist schon mal sehr gut. Kann man das Ganze auch ein bisschen einfacher konfigurieren. Und ansonsten haben wir noch einen 4-Pin-PWM-Anschluss. Und da muss ich dazu sagen, ein Adapter liegt noch dabei von einmal 4-Pin auf dreimal 4-Pin. Das heißt, ihr braucht auch nur einen 4-Pin-Anschluss, um alle drei Lüfter anzuschließen. Das ist auch schon mal sehr cool. Und jetzt würde ich sagen, ich verbau das Ganze mal. Kurz zur Montage. Ihr habt auf der Rückseite des Mail-Mods eine Backplate bzw. Halterung, wie auch immer ihr es nennen möchtet. Und da schraubt ihr dann 4 Schrauben rein. Und darauf steckt ihr quasi den Kühler drauf und befestigt den Kühler damit 4 Rennelschrauben. Und das war es dann auch schon. Also sehr, sehr simpel. Und wer EK kennt, der kennt das ganze Prozedere schon. Und hier kann man auch nicht viel falsch machen. Da gibt es auf jeden Fall aufwendige Montagemöglichkeiten. Ich finde es sehr, sehr cool, wie das hier gestaltet ist. Und kann da auf jeden Fall nur zwei Daumen nach oben gehen. Was ich euch auf jeden Fall nicht vorenthalten möchte, ist die RGB-Beleuchtung. Ihr seht ja, alle drei Lüfter sind beleuchtet und auch die Pumpen-Einheit bzw. der Kühler. Ist ja beides in einem. Und es kann sich auf jeden Fall sehen lassen mit eurer Mainboard-Steuerung. Also je nachdem, was für Mainboard ihr verbaut habt, habt ihr eine andere Software. Könnt ihr das Ganze dann ansteuern und so gestalten, wie ihr es halt möchtet. Mir gefällt es allerdings auch ohne Beleuchtung. Und hier seht ihr auch mal, wie das Ganze dann aussehen kann, wenn es nicht beleuchtet ist. Der Kühler selbst ist ja nur weiß, wie ihr auch zuvor schon gesehen habt, wo wir das Ganze ausgepackt haben. Und die Lüfter auch. Und wenn ihr, wie hier, ein dunkles Mainboard im Hintergrund habt oder das Gehäuse halt auch schwarz ist, dann passt das Ganze ziemlich gut rein, finde ich. Und dementsprechend müsst ihr die Beleuchtung nicht anhaben, falls ihr mal abends zocken wollt und einen Rechner, so wie ich, direkt rechts, neben euch stehen habt und euch das Licht stört. Dann könnt ihr es auch ausschalten. Das sieht immer noch gut aus. Kommen wir wohl zu einem der wichtigsten Faktoren und zwar den Temperaturen in Kombination mit dem 12700K. Ihr seht ja hier schon aufgelistet, ich habe verschiedene Konfigurationen getestet. Einmal mit 500 Umdrehungen Lüftergeschwindigkeit, dann mit 1000 Umdrehungen, was 43% entspricht und 2001 Umdrehungen, was dann 100% entspricht. Zusätzlich habe ich noch getestet mit einer Umdrehungszahl auf den Lüftern von 1000 Umdrehungen und einer Pumpengeschwindigkeit von 1700 Umdrehungen, was dann 50% entspricht bei der Pumpe. Bei 100% haben wir 2600 Umdrehungen und dann habe ich nochmal 2001 Umdrehungen mit 1700 Umdrehungen bei der Pumpe getestet. Ihr seht natürlich, bei 500 Umdrehungen reicht der Kühler auf jeden Fall nicht aus. Zwar sind die E-Cores bei nur 93 Grad, was heißt nur, es ist auch schon sehr, sehr warm. Allerdings sind die P-Kerne bei 100 Grad und werden dann auch schon gedrosselt. Dementsprechend wird auch der CPU-Takt reduziert und die CPU-Package ist bei 104 Grad. Besser sieht es dann bei 1000 Umdrehungen aus. Da haben wir dann 86 Grad auf dem P-Kern und 83 Grad auf der CPU-Package und die E-Cores sind dann nur noch bei 75 Grad. Und wenn wir uns das Ganze dann nochmal mit einer Pumpendrehzahl von 1700 Umdrehungen anschauen, dann sehen wir, dass sich dann nicht so viel verändert. Die Package steigt ein bisschen von der Temperatur, die P-Cores gehen ein bisschen runter, aber das ist auch schon Messtoleranz. Mit 2001 Umdrehungen haben wir natürlich die niedrigste Drehzahl, allerdings ist das Ganze noch was lauter. Bei 1000 Umdrehungen ist das Ganze sehr angenehm und zusätzlich mit einer Pumpendrehzahl von 1000 Umdrehungen ist das wirklich noch angenehmer, da man die Pumpeneinheit schon hören kann bei 2600 Umdrehungen. Und so liegen wir dann bei 2100 Umdrehungen bei 71 Grad bei der CPU-Package und bei den P-Cores und die E-Cores liegen dann nur bei 61 Grad. Wenn wir die Pumpe ein bisschen reduzieren auf 1700 Umdrehungen, dann merkt man schon, dass die Pumpe hier definitiv was ausmacht und wir dann statt 71 Grad ganze 78 Grad haben bei den P-Cores und die CPU-Package steigt dann auf 76 Grad. Die E-Cores, die steigen dann auch nochmal um 2 Grad, aber das macht dann nicht so viel aus und so kann sich das Ganze auf jeden Fall hier schon sehen lassen. Und man erkennt auf jeden Fall, dass man noch genug Spielraum hat, um die Spannung ein bisschen anzuheben. Mit 1,35 Volt und voller Drehzahl auf den Lüftern sind es dann um die 90 Grad, die wir erreichen. Wenn wir die Pumpe nochmal bei den Drehzahlen reduzieren, dann steigt das Ganze nochmal um ca. 4 Grad an und ist auf jeden Fall nicht empfehlenswert, wenn ihr einfach mal gucken wollt, was ihr im maximalen E-C rausholen könnt, dann wird euch wahrscheinlich auch nicht die Lautstärke stören. Und eins sei auch gesagt, in Spielen habt ihr diese Temperaturen auf jeden Fall nicht, die sind da deutlich niedriger. Ich versuche mich heute mal kurz zu halten beim Fazit, was kann ich zu der EK-IO360D RGB sagen. Es ist auf jeden Fall eine schicke Wasserkühlung, gefällt mir persönlich sehr gut, besser als so manch andere, die ein bisschen verspielter sind. Die RGB-Beleuchtung bräuche ich hier eigentlich nicht, aber es ist auf jeden Fall ein nettes Gimmick, was ich mitgenommen habe und für den 12700K reicht es auf jeden Fall aus, selbst wenn wir hier die Lautstärke reduzieren, die Lüfter auf 1000 Umdrehungen stellen, die Pumpe auf 1700 Umdrehungen, dann sind wir auf jeden Fall in einem Bereich, der sich sehen lassen kann, vor allem in Spielen. Da erreichen wir dann auch nicht mal die 70 Grad und teilweise liegen wir auch unter 60 Grad, je nachdem was man spielt und was für eine Gehäusebelüftung ihr habt. Ich habe das Ganze hier mit einem offenen Gehäuse getestet, so viel Ehrlichkeit muss hier auf jeden Fall sein. Wenn ihr ein geschlossenes System habt, dann wird es ein bisschen wärmer werden eventuell, je nachdem wie ihr das Ganze konfiguriert habt. Und damit würde ich sagen, diese Wasserkühlung eignet sich auf jeden Fall für die Older Lake-Protestoren. Selbst in 12900K könnt ihr damit kühlen. Klar, wenn ihr etwas übertakten möchtet, dann wird das Ganze wärmer. Hat man ja gesehen, bei 1,35 Volt steckt das Ganze schon ziemlich an und macht einen großen Sprung nach oben. Allerdings, wer die Prozessoren kennt und da ein bisschen recherchiert hat, der weiß, so viel OC ist da nicht möglich, auch mit einer Custom-Wasserkühlung. Da muss man sich immer fragen, lohnt sich eine Custom-Wasserkühlung im Vergleich zu einer All-in-One-Wasserkühlung? Ich würde sagen, eher nicht. Früher war ich mal anderer Meinung. Allerdings hat sich das geändert, dass sich einiges in dem Bereich getan hat. Und dementsprechend kann ich nur zwei Daumen nach oben geben. Wenn ihr das Ganze optisch ansprechend findet, dann schlagt ruhig zu. Leistungstechnisch steht euch da auf jeden Fall nichts im Weg. Das war es auch schon für das Video. Wie immer, das Produkt habe ich mir selbst gekauft. Wenn ihr mich unterstützen möchtet, ihr findet alle Links unten in der Beschreibung. Und ansonsten reicht es auf jeden Fall auch aus, wenn ihr euch das Video angeschaut habt und mir einen Daumen nach oben lasst. Und natürlich, über ein Abo würde ich mich natürlich auch freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.